So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen FSX-Plant hier auf meinem Channel für den Tag fürs Einschalten. Wir fliegen heute von Düsseldorf nach Berlin-Schönefeld mit der 737-800 von Ryanair, die ich persönlich mittlerweile gar nicht mehr so schlecht finde. So, wir werden jetzt erstmal unsere Startcreme uns hier einholen. Und erstmal alles einstellen. So, ja, 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 Moment, Moment. Pullback war korrekt, alles klar. So, wir machen jetzt erstmal unsere APU an. APU läuft, okay. So, Kurs ist 72. Äh, Set, okay. Speed machen wir. So, ja, 270 stellen wir als erstes mal ein. So, Höhe haben wir klar bekommen von 13.000 Funks steht auch. Ich steige mit einer Steigrate von 1400. Dönne, not. Ach, das ist gut. So, ich habe jetzt schon gehört. Be solid, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. So, ich bin noch ein. So, ich bin noch ein. So, ich bin noch ein. Und dann ist das, was ich schon gehört. So, ich bin noch ein. So, ich bin noch ein. So, ich bin noch ein. Okay. So, ich bin noch ein. Und dann ist das, was ich bin noch ein. Ist hier. Wie in der 1. Das sieht doch schon mal alles ganz müde aus hier jetzt. Oh, ja, shit, jetzt habe ich die Lenin-Lights an. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Ah, ich würde mal gern durch mit dem Funk hier, hallo? Ja, dämliches Gebäude. Wir lassen uns pushen nach hinten links, alles klar. Oh, ja. So, we are clear to start engine, engine number one, start. There are several emergency exits on this side. Okay, der Vogel da vorne tritt selber, okay. So, engine one is start. Engine two is clear. Okay, flight control check. Full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, left, full right, neutral. Okay, flight control check. So, flight control check. We are clear for taxi. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. We're also here. Let's see. Let's see. We're here. Come on. rechts ist klar, rechts ist klar Ja, okay. Take-off-Items. Take-off. Take-off-Items. 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 Turn-ex. Taxiway. Orbit 395-6. Contact-off-Item. Park-Item. Orbit 395-6. So. Cabin crew. So. We are ready to departure in one minute. One minute. We are ready to go. Clear for take-off. Runway 5. Right. Airway. 8884. Home guard. Tower. Short 1042. Ready to go. Runway 5. Right. Short 1042. Orbit 396. Turn-ex. Taxiway. 41042. Short runway 5. All-Current runway 5. Right. Short 1042. Rt. Long-Turrent runway 5. Right. Short 1042. Tower. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 On runway 05R So we are ready for takeoff and takeoff So we are ready for 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 takeoff Oh Oh Da haben wir mal nicht auf den Spick geachtet. So, wir sind jetzt auf den Spick geachtet. Ein bisschen zu wenig die Geschwindigkeit gehabt beim Start. Ist ja im Popo nicht so ganz hoch gekommen. Los geht's Approach, 108, 6600, 113,108, Los geht's Approach, roger, Altimeter 2992, Los geht's Approach, Zyperg, Moxtrot, Eno, Hotel, Le Mans, Sierra, Los geht's Approach, roger, Altimeter 2992. Soll Obrigadas So, das Ganze beschleunigen wir auch jetzt mal etwas, damit das Video noch so lange wird und wir auch noch die Landung hier mit in das Video reinbekommen. So, das Ganze beschleunigen wir. So, 19.000 Fuß erst, das ist so wenig, wir gehen hoch auf 30. So, das Ganze beschleunigen wir. 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 61561, 125.1, 61561, 108, 125.1, Riemann Center, 1, 108, Riemann Center, roger. 61561, 125.1, Riemann Center, roger. Oximeter 2, Siner, Siner, 2. 108, climate maintain, climate level 3, 0, climate maintain, climate level 3, 0, 0, 1, 0, Riemann Center, orbit 8, 4, 7, 4, Riemann Center, roger. 51561, Termis heading 025, proceed off course. Descend the main mansion, 1, 10, bear. C, 1561. C, opening is 2 o'clock, Porkien, 10, nine level 2, important field, this wave F-80, record theacătide. 1 0 8, contact Freeman Center on 119.119.825 Freeman Center, 1 1 0 8, Freeman Center, roger 1 0 8,시고 to bob, left 1 e our Untertitelung des ZDF, 2020 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 1-0-Hit So, das ist die Landebahn, alles klar, ich saße. So, das ist die Landebahn, alles klar, ich kann mich nicht mehr in die Landebahn, was ich nicht mehr in die Landebahn, was ich nicht mehr in die Landebahn. Der Land Approach 108 Windhills 108, Der Land Approach, Roger Abuser 099-2 108, Airport is 11 miles at your 10 o'clock Turn left heading 065, Report runway in sight Turn left heading 065, 108 108, runway in sight 108, Airport is 11 miles west Descend and maintain 2,200 Clear visual runway 7 Left approach Contact Tuna felt tower on 107, Point 875 Descend and maintain 2,200 Clear visual runway 7 Tuna felt tower on 108 and 8 miles west Inbound visual runway 7 Left approach Autopilot discharge Reset Runway 7 left Altimeter 2, Siner Siner 2 Big straight in runway 7 Left, 108 108, Clear to land, runway 7 108, Clear to land, runway 7 Clear to land, runway 7 Left, 1, 2, 2 Get em! Yeah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Flapsfall Approaching 07 left Sink rake Sink rake Ja, hab ich doch! Don't sink Long landing, long landing Spoiler rake 4,000 feet remaining 3,000 feet remaining 1,0 feet, turn next xway Schoenafelt Airport infirmation 2,0 feet, turn next xway 2,0 feet, turn next xway 1,0 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 feet, turn next xway Wild Jake's AT358 AT358 AT356 AT356 AT Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Taxi wait. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020